Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin hat eine Reaktion gezeigt, genau oder fast genau an diesem Level, wo wir gestern drüber gesprochen haben. Ist es jetzt möglicherweise schon die bearische Trendumkehr? Sehen wir die 22.000 US-Dollar-Marke? Oder ist die Chance immer noch da, dass wir zumindest in Richtung 24.000 oder 25.000 US-Dollar steigen? All das werden wir uns im heutigen Update-Video ansehen, außerdem mögliche Trade-Setups werden wir auch natürlich besprechen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr keinen Bock mehr habt, irgendwelche Updates oder Sonstiges zu verpassen. Kommt da gerne rein, Link unten in der Videobeschreibung bzw. in der Kommentarspalte und gerne natürlich den Zweitkanal abonnieren, dort wird es dann zukünftig. Ihr habt gestern abgestimmt, ihr fandet es eine gute Idee, dann auch ein bisschen Aktien zu analysieren geben, aber damit fangen wir erst in ein paar Wochen dann an, also gerne auch dort ein Abo dalassen. Gut, und jetzt aber genug Eigenwerbung gemacht, wie gesagt, momentan traden wir ungefähr 23.400 US-Dollar. Wir sehen hier oben, wir hatten unsere Reaktion hier bei 23.900 US-Dollar bekommen. Ich muss dazu sagen, ich habe gestern im Video gesagt, 23.950 US-Dollar wäre so mein Short-Szenario hier in der Gegend bis 24.050. Nur, auch mir passiert es mal, ich sage zwar immer wieder, ey Leute, zieht das FIP-Level oder so, aber auch ich habe es gestern einfach nicht gereilt, dass hier auch wiederum ein Golden Pocket war beziehungsweise hier das 0.618er FIP-Level gelegen hat bei den 23.888. Das hat ein bisschen, ja, den Einstieg vermasselt. Also ich bin nicht in diesen Short-Trade rein. Weiterhin laufen aber unsere zwei Long-Positionen von 21.800 und natürlich von hier unten von unserem Golden Pocket, die laufen mit jeweils 50% rausgenommen. Trotzdem, das hier oben ärgert mich deutlich. Vielleicht hat es einer von euch da draußen trotzdem mitgenommen und hat die Dummheit von mir, sage ich mal, missachtet und ist da ein bisschen selber reingegangen. Ja, auf jeden Fall gab es danach eben diese deutliche Gegenreaktion nach unten. Vom Volumen her sehen wir auch, okay, da gab es die erste Reaktion auch mit deutlich weniger Volumen, ging es da nach unten. Und jetzt haben wir hier heute Nacht nochmal einen kleinen Bounce bei 23.160 US-Dollar bekommen. Wichtig war, wir haben diese Struktur, also dieses Low hier bei den 23.190 US-Dollar nicht mit Schlusskurs durchbrochen. Das heißt, wir haben uns im Endeffekt hier erst einmal nur die Liquidität geholt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, hier unten liegt halt eine Menge, sage ich mal, Handelsvolumen beziehungsweise Volumen. Sehen wir auch hier unten, da ist eine Menge Kaufkraft reingekommen. Das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen vorsichtig sein, ob das jetzt hier schon das Ende war. Ich persönlich gehe momentan zumindest erst einmal davon aus, dass wir uns nochmal in diese große 1-Stunden-Supply-Zone zwischen 23.700 bis sogar hier oben nochmal bis zu 24.000 US-Dollar bewegen, weil eben gestern diese Reaktion sehr, sehr abrupt kam und sehr, sehr schnell, wo wir eben hier oben ins Golden Pocket reingekommen sind. Deswegen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir hier oben dann die Rejection sehen und dann Richtung 22.000 US-Dollar nochmal runtergehen. Denn sollte, und da ist jetzt eben die Prämisse, sollten wir kein Close über 24.000 US-Dollar sehen. Ansonsten sollte die bullische Variante eintreten, gehen wir erst hier runter, holen uns die Liquidität unter diesen Tiefs hier noch einmal, beziehungsweise sogar im Worst Case bis 22.966. Doppelter Boden, Bullish Divergence wäre so das Best-Case-Szenario und versuchen dann nach oben hin auszubräuchen. Das Short-Szenario oben lasse ich jetzt erst einmal weg. Wir müssen uns dann hier oben ganz genau einfach die Reaktion angucken. Wie ist die Reaktion einerseits an dieser 1-Stunden-Supply, andererseits am Golden Pocket, welches wir jetzt schon mal angetestet haben. Das heißt, die Liquidität wurde aus diesem Bereich schon mal stärker entnommen. Wir haben unsere Gegenreaktion bekommen. Die Frage ist, hält es beim zweiten Mal eben genauso? Weshalb ich jetzt noch nicht safe davon ausgehe, okay, hier oben jetzt Short zu gehen, das war gestern. Ah, es ärgert mich. Es ärgert mich richtig, dass ich da auch gestern kein Setup mehr gepostet habe. Gut, es wäre eh nicht abgeholt worden, weil ich das Golden Pocket nicht gesehen habe, aber es ärgert einfach. Wäre perfekt gelaufen. Ja, aber wir warten jetzt erst mal hier ab, kommen wir hier oben nochmal rein und dann kommt es eben auf die Reaktion an, kommt hier viel Volumen wieder rein. Sehen wir hier einfach nur so eine leichte Reaktion, dann Konsolidierung, dann nehme ich eher Abstand von dem Short-Trade und überlege sogar nochmal unsere kleine Long-Position, die noch offen ist von hier unten, nochmal ein bisschen zu vergrößern. Aber das werden wir dann alles mal in den nächsten Stunden dann erfahren. Jetzt kommt es erst mal darauf an, wie ist die Reaktion da oben, können wir uns hier jetzt in diesem Bereich erst einmal stabilisieren. False Move hatten wir im Endeffekt jetzt hier oben, dass wir erst diesen Anstieg hatten, dann dieser, sag ich mal, Downshift um, ich glaube, 15.30 Uhr oder 16 Uhr, irgendwie so um den Dreh war es ja dann. Und jetzt kommt es auf die nächsten Stunden einfach mal an, wie es weitergeht. Aber das ist jetzt erst mal so, Primärszenario, sollten wir hier oben rejected werden, gehe ich ganz stark davon aus, dass die 22.000 bis 21.800 US-Dollar noch einmal angelaufen werden. Und hier unten wird es dann wahrscheinlich eine neue Long-Impuls-Wegung, denke ich mal, nach oben hin bekommen. Ihr könnt euch daran erinnern, was wir die letzten Tage immer wieder eingezeichnet haben, dass eben diese Bewegung absolut möglich ist. Wir wurden hier oben am Golden Pocket rejected, wir wurden hier am Golden Pocket rejected und jetzt eben nochmal diese letzte Welle einfach nach unten hin, um dann vielleicht hier wieder einen schönen Impuls nach oben hin rauszuarbeiten. Gut, dann würde ich sagen, blicken wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es denn da aus? Auch hier, haben wir gestern drüber gesprochen, sind wir durchs Golden Pocket durchgerattert bzw. durchgebrochen. Man sieht aber auch schon ein bisschen an der Struktur. Wir haben hier deutliche Unterschiede im Gegensatz zu Bitcoin momentan. Bitcoin, genau das Golden Pocket gehittet bzw. minimal übers 0.618er drüber gehittet und bei Ethereum sind wir einfach komplett durchgeballert, sogar übers 0.786er. Und das meine ich so die letzten Tage oder Wochen, dass mir die Struktur bei Ethereum überhaupt nicht gefällt. Und mit Struktur meine ich einfach, es werden manche Level nicht so respektiert wie eben bei Bitcoin. Das macht es Bitcoin ein bisschen leichter zu traden und Ethereum dadurch deutlich schwerer. Wir haben hier oben noch ordentlich Volumen abzufischen bei den 1.665 US-Dollar im Gegensatz zu Bitcoin. Auch hier sehen wir wieder, es sind zwar nur marginale Unterschiede, aber wir haben bei Bitcoin das hoch abgefischt mit deutlich weniger Volumen. Wir haben aber bei Ethereum zum Beispiel hier noch diese Volumen candle. Da ist schon noch eine Menge auch Short-Volumen hier oben vorhanden. Was es für mich jetzt persönlich hier wieder ein bisschen wahrscheinlicher macht, wir haben hier keine Supply-Zone im Gegensatz auch zu wie bei Bitcoin, auch mal ein bisschen so vermerken. Was es wahrscheinlicher macht, dass wir uns einfach hier oben diese Liquidität nochmal holen und dann sogar hier wirklich in diesem Bereich 1.677 bis 1.687 US-Dollar vorstoßen. Da haben wir auch gestern schon mal drüber gesprochen, dass dieses Szenario hier oben deutlich wahrscheinlicher ist und ich mich hier oben eher Short positionieren möchte, als jetzt, sag ich mal, hier oder wo wir gestern in dieser No-Trade-Zone waren. Klar, wir hatten diese Bearish Divergence, alles schön und gut. Stundenclose war aber dann auch der darauffolgende gut, weshalb dann auch hier kein wirklicher Short-Trade in Gange gewesen wäre. Also da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen warten wir jetzt hier erstmal ab. Sollten wir uns jetzt hier nach oben bewegen und hier auch drüber schließen, gehe ich ganz stark davon aus, dass wir uns zumindest hier oben in dem Bereich, wo ich eben gerade angesprochen habe, 1.677 bis 1.687 US-Dollar fortbewegen und dann hier oben erst den Short-Impuls irgendwo in dieser Region dann auslösen und dann auch nochmal eine deutliche Welle nach unten hin bekommen. Ansonsten Strukturwechsel hat hier auch noch keiner stattgefunden. Wir haben kein höheres Hoch gebildet. Dafür hätten wir hier oben eben auch über die 1.679 kommen müssen. Also ihr seht, es ist grundsätzlich weiterhin Short-orientiert. Nur das Problem ist, wir haben einfach keinen Short offen. Also ich zumindest, ich weiß nicht wie es bei euch ist, gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten gehen wir noch ganz kurz zu den News rüber. Zwei der weltgrößten Kryptobörsen erlauben Russen den Handel mit Kryptowährungen. Das ist gut. Mehr und mehr Geld fließt in den Kryptomarkt. Ja, ich weiß, was die komische Anspielung dann wieder soll mit Russland. Und ja, könnt ihr eure Meinung selber drüber bilden. Lest den Artikel gerne bei CryptoGuru oder wie gesagt auch in der Telegram Talk Gruppe. Auch da werden die Artikel jederzeit gepostet. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns später wieder zu einem kleinen Altcoin Update Video. Was es ist, verrate ich noch nicht. Lasst euch überraschen. Und ja, dann hören wir uns später wieder. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Like da lassen, Abo da lassen. Und ja, dann war es das von meiner Seite. Wir hören uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay good.